Halali, Frischpilz-Jagdsuppe aus dem Hause Sterzing. Und was freut sich der müde Reitmann auf die frische, belebende Halali-Frischpilz-Suppe aus dem Hause Sterzing. Halali, Frischpilz-Suppe, bekömmlich, erfrischend, belebend, auch für den harten Gaumen. Von Schwammerl-Experten aus unserer Heimat zusammengestellt, wachsend in heimischer Mooserde. Auch die Hausfrau weiß, was Halali verspricht. Halali bringt den Wald ins Haus. Halali, Frischpilz-Suppe zum Sterben gut. Halali, hallo, 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 hallo. Ja, das geht.